Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vor mehreren Jahren, ich... Und Sie vermissen die beiden nicht Sagen Sie mir, was Sie hier sehen Ein verpestetes Meer In dem riesige Larven schwimmen Würden Sie sagen, dass Sie sich von dem Bild überfordert fühlen? Nein, es ist nur das... Chloe, mach sofort die Tür aus! Morden, Sie mich bitte kurz entschuldigen? Chloe! Ja? Warum verschanzt du dich hier? Besprechen wir das draußen? Ein Kindermädchen zu finden ist sehr schwierig Der Lebenslauf könnte gefälscht sein... Du machst doch wohl Witze, oder? Entschuldigung, ich brauch Sie Wir reden später! Vielen Dank!